Grüß euch! Es ist die Frage aufkommen, wenn man laut Irli die Türen schließen und bloß nicht aufmachen sollen, wenn von draußen vertraute Stimmen zu hören sind, die verlangen und betteln, dass man die Türen öffnen und unsere Lieben reinlassen und damit retten sollen. Was sind es für Stimmen? Wo kommen die her? Sind es wirklich Teufeln, die die Stimmen unserer Lieben imitieren? Oder werden uns da Frequenzen über die Türme eingespült? Hören wir die Stimmen vielleicht nur in unserem Kopf? Irli hat gesagt, die Teufeln werden loslassen und sie nehmen alle, die dann noch draußen rumlaufen, mitunter. Und dass sie an unsere Haustüren klopfen und betteln und flehen, dass wir aufmachen und sie reinlassen. Und bitte huif mir und winsel und gewinsel, aber sobald du aufmachst, bist du verloren. Wer da draußen winselt, kann keiner deiner Lieben sein, weil du musst wissen, in dem Moment ist da draußen schon niemand mehr am Leben. Wenn das Klopfen und die Stimmen aber nur Frequenzen sind, also du das praktisch nur in deinem Kopf hören würdest, wäre es dann noch gefährlich, die Tür aufzumachen? Eigentlich doch nicht, oder? Bei Frequenzen könnte die Tür doch aufmachen, es wäre doch gar kein Unterschied. Weil Irli hat nicht gesagt, wann genau diese Teufeln laufen. Das kann während der drei finsteren Tage sein, wo es heißen würde, wenn du die Tür aufmachst, dann schnaufst du den Staub ein und bist kaputt. Oder wir hören die Stimmen schon vorher. Das wissen wir ja nicht. Andererseits ist es nicht bekannt, dass Dämonen die Fähigkeit haben, über elektrische und Funkwellen zu reisen. Wie kommen Dämonen normalerweise in die Häuser rein? Über die Elektrizität, über die Kabel. Das geht dann aber nimmer, wenn, wie Irli gesagt hat, der Strom weg sein wird. Wenn aber der Strom weg ist, dann können die Funkmasten aber doch auch nimmer senden. Das ist einmal der erste Punkt, der dafür spricht, dass es Teufeln sind und keine Frequenzen. Und der zweite ist, was wir immer vergessen, mit wem wir das überhaupt zu tun haben. Das Irlmaier-Szenario wird immer als so ein Naturphänomen dargestellt, das dann halt passiert. Unisono hörst du das überall. Es wird finster. Vielleicht kommt der giftige Staub von einem Vulkanausbruch oder ein Meteor- oder Asteroideneinschlag aus dem All. und das Wasser wäre da vorhin mal giftig. Und das Gequatsche vom Polsprung. Ja, entschließt sich der Pol. Ach, jetzt springen wir mal ein bisschen. und dann sagt die Sonne, ach, jetzt drehen wir mal um, jetzt fahren wir mal anders rum. Das ist doch Schwachsinn. Wie soll denn das alles passieren? Wer macht denn das? Ist die Materie auf einmal selbstständig geworden, oder wie? Das geht doch nicht von selber. Das bedenkt überhaupt niemand. Und dann gibt's noch diese Positiven und die Lichtkekserl. Die Ohren dauernd anklagen und rumwornen. Oh, das ist alles so negativ. Das ist nicht positiv genug. Das muss doch ein sanfter Übergang werden. Ja, spinnt's ihr denn? Wer findet denn, Menschen zu warnen und sich vorzubereiten, negativ, also schlecht? Doch nur diejenigen, die nicht wollen, dass du vorbereitet bist, oder? Die nicht wollen, dass du erkennst, was sie vorhaben, weil sie nicht wollen, dass du überlebst. Im Übrigen ist die Esoterik der Zwang zum Positiven. Alles, was nicht positiv ist, muss weg. All dieses Geschrei, es wär alles negativ und man muss doch positiv sein, das befällt doch nur denjenigen, der nicht mit Gutpapa im Reinen ist. Nur dann kriegt man Angst. Nur dann schreit man nach positiv. Und wenn du aber mit Gutpapa bist und genau weißt, er räumt jetzt mit den Lügen der verkehrten, narzisstischen Welt auf, dann freu' man uns nicht nur drauf, sondern wir sind zuversichtlich. Darum geht's. Wir sind nicht positiv, wir sind nicht negativ, sondern wir sind zuversichtlich. Gutpapa rammt mit der verkehrten Welt auf. Es ist sein Zorn. Er schickt die Deifen. Und wenn's so lang nur auf die Frequenzen von den Türmen reiten, das ist völlig egal. Er hat ihnen die Erlaubnis gegeben, die Bösen mitunterzunehmen, wo sie dann auch für immer bleiben müssen. Von denen kann keiner mehr hier auf der Erde geboren werden. Da kommt keiner mehr rauf und die wissen das. Er macht's finster und er räumt auf. Und deswegen brauchst du auch keine Angst haben. Wenn wir bewiesen haben, dass wir ernst zu nehmen sind, weil wir die Warnungen ernst genommen haben, dann können wir absolut zuversichtlich sein, egal was passiert. Ob es ein Irrly-Szenario ist oder ein anderes, ist egal, weil das, was kommen wird, ist sicher. Ich schau mir doch lieber den schlimmsten Fall an und bereite mich möglichst gut vor, als jetzt zu jammern Oh, das ist ja viel zu negativ, weil Warnungen ernst zu nehmen und sich vorzubereiten, das ist erstens weise und zweitens macht uns das zuversichtlich. Wer aber gut Papa sein Aufräumen nicht ernst nehmen will, möge weiterhin so positiv und unvorbereitet sein, wie er will, das macht den anderen, die sie gut vorbereitet haben, überhaupt nichts aus. Und übrigens, im Mainstream gab es wieder Meldungen über ein Schneechaos und ein tief verschneites Bayern. Das sind vielleicht Meldungen aus dem Oberland, weißt schon, diese Alpendörfer. Ansonsten ist alles gelogen. Uns interessiert ja nur das Irliland und hier hat es kurz am Abend nur geschneit und in der Früh war alles schon wieder weg. Ansonsten ist es sonnig und schön warm und ich habe heute am 25. November ein Schmetterling fliegen gesehen. Was meinst, ob man Irlis versprochene Mucken im Januar auch noch schaffen? Ich denke schon. Alles Liebe in absoluter Zuversicht Ich denke schon.